Herzlich Willkommen bei um Brutalen Hund. Heute spielen wir eine Runde Tuketa. Ja, mit uns hier Gameplay Together, beziehungsweise ich bin alleine heute. Was ist los? Was up? Also sind wir das brutale Gameplay heute. Brutales Rudel, so kann man es sagen. Wir spielen hier im Brutalen Rudel eine Runde. Ja, was machen wir? Wir spielen die Star Wars Adventure Map auf dem Hypixel Server. Linke da Beschreibung. Ich spiele den Jedi. Und ich den Sturmtrupp? Ja, und ich habe nur eine Lederrüstie. Oh, ich habe volle Munition und so. Oh, wir müssen... Oh, hi, hast draufge... Ja, wo? Seitdem müssen du hier. Ich bin gerade frisch. Du siehst ja geil aus. Was ist das denn? Nicht auf mich schießen. Alter, du siehst so geil aus. Okay, wir müssen... Wir müssen die Hostels retten. Hä, wie sehe ich denn aus? Ja, wie Oben war ein Kenobi, ne? Wie sehe ich aus? Ja, ich sehe halt aus wie ein Sturmtrupp, ne? Ja. Wir müssen alle... Ah, nee, warte. Wir dürfen hier noch nicht raus, bevor wir alle Objectives... Das heißt, wir müssen vermutlich hier langs. Okay. Los geht's. Oh, das ist die Schlacht auf Hoth. Wir sind diese Gleiter. Oh, ich kann die Musik nicht mehr. Oh, guck mal, was ich abgeschoben. Ich habe ein Plasmafeil für dich. Oh, ja. Hey, nimm auf, Junge. So. Was war, oh, komm mal. Was sind die Gegner? Was sind die Gegner? Oh, das ist der Falk? Ich vermute mal, da hinten muss man raus. Wo sind die Gegner? Warum tötest du meine Freundin? Das war nicht dein Freund. Nein, ich habe es genau gesehen. Der war genauso angezogen wie ich. Ja, aber es war ein Toter. Was ist denn da unten, da wo der Weg reingeht? Nichts. Alter, hier. Erschießen. Achso. Nein, nicht schießen. Was macht der? Der macht coole Sachen. Wenn wir ein kaputtes, wenn wir so ein kaputtes Gewehr haben und eine Disc, dann kannst du dein Gewehr upgraden. Äh, bei mir, ich kann, ach jetzt, okay. Okay, schnell, 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 bevor sie uns abschießen. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig hier. Ich finde es so ein alter Star Wars-Fan. Ja, doch, ich finde es ganz geil eigentlich. Da ist ein Schiff, Alter. Da drüben ist so ein Schiff. Wo? Also so ein... So ein Dings, weiß ich eh. Ein AT-AT. Okay. AT-AT. Ich starte... Ich starte den Scheiß, ne? Welchen Scheiß? Alter. Ja, aber ich eh das Teil halt, wo man fliegen kann und so, ne? Achso. AT-ATs. Boah, guck mal, ist die vorbei. Boah, die sind aber geil. Ohlala. Siehst du ehrlich. Du musst es nicht nachbauen, Alter. Ich glaube, wir müssen die AT-ATs zerstören. Ich binde dich so an einem Stuhl fest. Du musst dann genau nachbauen. Was? Was hast du denn für Fantasien? Du bindest mich an einem Stuhl fest. Oh, Alter. So brekkig. So dirty. Ähm... Hä, willst du nicht mitkommen? Ja, ich renne... Ich such dich gerade irgendwie. Ich bin bei dem AT-AT. Bei dem Linken. Ja, ich glaube... Ich renne gerade herum. Ach, da oben bist du. Was machst du da oben? Ich glaube, wir müssen die zerstören. Jedenfalls musste man das. Im Film. Ah, okay. Oh, guck mal, was ich hab für dich. Uh. Oh, ein Knochen. Hier, Pfeile. Hui. Einfach mal bauen. Hui. Hui. Du kommst nicht hoch. Oh. Klar komm ich hoch. Guck mal. Oh, je. Guck mal. Steak. Steak. Guck mal, ich lass Scheiße von oben weg. Puh. Okay. Boah, Alter, du stinkst, ne? Okay, zieh deine Waffe. Okay. Ich hab sie, ich hab sie. Sichern sie... Äh, warte mal, wie hießen diese Typen? Ja, keine Ahnung. Äh, Kippen, sichern sie den Gang. Uaaaaaah. Uaaaaaah. Ich kann mein Schwert später auch upgraden. Okay, ich baller sie alle von hinten ab. Bam, 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 badabam, badabam. Bam, 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 bam. Ich kann nicht rennen. Okay. Du hast einfach mal so viele Laser-Dings... Ja. ...in dem Rücken steckt. Oh, Akupunktur. Okay. Der Akupunktur, ne? Was ist jetzt los? Hacking the problems. Oh, oh, hinter uns. Hinter uns. Wow, 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 wow. Da, 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 da. Aber so was möchten wir mal, aber nicht? Da haben weiter nur eine Granate reingeworfen. Dann hat's boom gemacht. 70 Prozent, okay Warte So Ja, wir haben einen Bogie Jetzt brauchen wir noch eine Schallplatte Oh, guck mal, guck mal hinter dir Guck mal, guck mal, guck mal Boom Ey, bleib mal kurz hier stehen Ich will mal ein episches Foto machen Okay Während du kämpfst Komm, geh mal her, ein schönes Foto Posiere, ja, das ist perfekt Zielen, zielen Perfekt, das wäre schön Der ist sehr schön Ich brauch auch noch eins, Alter, von dir so Ja, okay Was passiert so ein bisschen? Guck mal, ob du es schaffst, wenn ich auf ihn drauf springe Schaffst du es? Bist du bereit? Das geht's Okay, komm, oh, wie viele Bögen ich habe Piu Piu Mach mal eine Schlacht dann Piu Einfach nur so, weil es Spaß macht Ne, geh mal nochmal da hinten Schnell geh nochmal in die Tür rein Bleib doch mal kurz Ich will dir nicht mal was zeigen Eine kleine Überrichtung Bleib einfach da Bleib mir einfach da Und gleich sein, wo es dann runter Komm mal raus Bist noch da Oh, der ist weg, dann machen wir mal einen Cut am besten Da sind wir wieder Hund ist aus dem TS geflogen Und aus dem Spiel Und überall raus Oh fuck Sind deine Sachen weg? Ne, ich hab sie noch Aber ich bin gerade wieder am Spawn Ich muss gerade wieder Zeug Ja, ich muss so lange jetzt mal nach unten kommen Scheißen Oh, hier ist eine Leiter Warum hast du nicht die benutzt? Ja, weil Eigentlich durfte ich alsjenige keinen Fallschaden bekommen Ich bin doch so Ich stoße mich mit der Macht vom Boden ab Und fühle mich allgegenwärtig Weißt du? Und fühle mich wie Gott Wie beim Wichsen, oder was? Ja, da stoße ich mich auch mal vom Boden ab Das ist richtig schön hart Da ist ein Pfeil Da ist ein Pfeil Und noch ein Pfeil Okay Wo bist du? Ja, ich bin gleich wieder da Ich renne gerade um das Schlachtfeld herum Ich tänze da so ein bisschen Oh, wie es brennt Warum willst du denn tänzeln? Weiß nicht Ich mag es halt zu tanzen Ich sehe dich Machst du mein Ballett? Nein, da kommt ein Truber Du? Nö Aber ich reite gern so Ja, Ballett Ja Ballett Nee, reiten Achso, ich dachte Das ist vielleicht Ballerinas Auf Ballerinas Genau das habe ich mir jetzt gedacht Ah, ein Truber Ein Truber Wo denn? Na, du Da oben müssen wir glaube ich hin Da ist hell Okay Nur weil es hell ist Von vorne her müssen wir da hoch Also was? Ich glaube, ich packe mal Star Wars Musik in den Hintergrund Einfach ein Das geht mal, Schatz, ne? Ich glaube schon Aber es machen so viele Ach komm, leg mich doch Oder ich mache es als Untertitel Weißt du? Die Musik als Untertitel Okay, bist du soweit? Du fügst einfach nur die Lyrics ein Sonst gar nichts Dum 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 Da ist einfach mal ein Knopf Nein Wait Ich glaube, wir müssen kämpfen Wir zwei Wir haben noch Und er wird uns Oh Und er wird uns dafür belohnen, wenn wir kämpfen Ich muss erst mal was Guck mal Ich muss erst mal was essen Ich stehe hier drin und esse erst mal was Ey du, die schießen sich glaube ich auch auch gegenseitig ab, wenn du sie dazu bringst. Oh ja. Gleich nochmal drücken. Wo ist jetzt das Geschenk? Jetzt macht es einen Boom. Alle tot, alles tot. Ich habe keils. Was war das? Ich glaube, es muss einfach noch... Oder hast du es vielleicht? Nee. Oh, ein Lichtschwert. Echt? Oh, ich habe ein Diamantschwert bekommen. Also ein lilanes. Darf ich dein Altes? Nein, du bist ein Tuba. Aber hier, guck mal, was ich für dich haben. Dum 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 dum. Und dum. Und dum. Die sind voll kaputt, ey. Ja. Und? Okay, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir die Gefangenen befreuen. Jum, jum, ba-dum, jum, ba-dum, jum, ba-dum, gum, ba-dum. Gumba. Ich will der aus der Sturmtruppsoldat sein mit einem Laserschwert. Ach, guck mal, guck mal da unten drin. Oh! Oh! Nein! Oh, ich bin verstorbt. Wie das Wasser einfach aussieht. Ich bin... ... und meinem lilanen Lichtschwert. Mit meinem lilanen Penis. Hupfer, hupfer Hupfer mal, hupfer mal Hupf, hupf, kleines Kind, hupf Ich glaub, da sind die Gefangenen da hinten drin Hupfer, hupfer Was bin Ich bin so ein Bunny, weißt du? Ich bin so ein Bunny Playboy Playboy Ich bin Hefner Ich will einfach nur die ganze Map Explodieren sehen Das können wir mehr zum Abschluss machen und die Map downloaden Und dann Wie toll der Mond aussieht, ey So richtig, kommst du? Ja, du bist, weißt Nicht jeder hat den Luxus, mit einem Wasserfall runterzukommen Du bist mit einem Wasserfall runtergekommen Ich bin runtergesprungen Und fast gestorben Lass mich, Rattin Die sind bestimmt hier drin Was sind das eigentlich für Blöcke? Das sind Blöcke, die Blöcke Aber abhauen dürfen wir ja nichts, ne? Ne Alles eingefallen Aber einen Wasserfall dürfen wir machen, ne? Da unten geht's, glaub ich, rein Ey, nicht, lass Sorry, sorry Fui Fuihund Fuihund Irgendwie muss man noch in die Basis reinkommen Weil ich hab das Gefühl, dass in der Basis die Gefangenen sind Besonders, weil's unten da leuchtet Da denkst du aber ziemlich nicht, ne? Oh, komm mal, komm mal, komm mal, komm mal Komm rein, oder? Ich bin hinter dir Hä? Was hast du gemacht? Du hast Geburt gemacht Da ist was falsch gelaufen bei der Geburt Bei dem Da oben ist ein Gleiter Aber ich find das Textureback ziemlich geil, ehrlich gesagt Ja Das packe ich auch mal Achso, ich nehm' ja gar nicht auf, ne? Oh Läuft auf jeden Fall bei mir, ne? Du kannst ja dann erstmal bei uns die Aufnahme nehmen, oder so Ah, ja Hm Da, 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 da Dir ist überall Eis Was machst du an? Nichts Nichts, nichts Okay, lass mal weitergehen da Warte noch Vielleicht können wir den von hinten nehmen Wen? Gehen wir rauf Den A-T-A-T 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 Den willst du von hinten nehmen? Ich glaub, der ist eine Nummer zu groß für dich Sabrina, zeig mal deinen Fuß Ich glaub, der ist eine Nummer zu groß für dich Du Eine Nummer? ich schiebe aber gern so eine große nummer weiter da geht es einfach mal ich bin grad in den in den teilen drin ich stecke in ihn fest ich komme auch nicht mehr raus okay ich werde sterben spaß ich hätte dir wirklich glaubt dass du nicht mal rauskommst sondern wie du doch nicht 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 vielleicht da hinten mit dem komischen den 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 bei dem wix-rohr erhalte schläcker aus wie lecker da ist einfach mal wenn ihr mit dem blümchen draufgegangen dann sagt gewollt mit dem bett ist ein rüssel was noch übergeblieben es ist alles kleine wenn im blümchen zu nehmen ich glaube so ein bisschen größer als er das ist das ist nicht sein rüssel den ihr meint ist ein penis hier ist das endlose wasser dürfen wir feuer ausmachen weil jeder weiß kann ich nicht auf meine macht benutzen jetzt kommt ein sturm trupps soldat und fickt dich von hinten was ist denn das hier lass mal auf die andere seite davon gehen oh ja oh also wo sollen denn hier die gefangenen sein vielleicht in einem anderen 80 80 die kappen hoch auf das große ding da auf den rüssel auf den rüssel von benjamin blümchen das mag er aber gar nicht nein mag es nicht aber ich glaube nicht dass da gefangenen sind aber ich kann es ihm gerne auf dem schwanz rum ja vielleicht kann man hier was öffnen ich kann es ihm gerne auf dem schwanz rum vielleicht kann man hier was öffnen oder umfliegen ti folter ich kann den namen auswählen weltherrschaft ist zum greifen nah ja nur weil du dir die namen gemerkt hast ne wirst du es schaffen genau du wirst es klatsch kommst du mit? ok wirst du da so dann sind die gefangenen in einem anderen von den 80 80's gehören ohne dort ich wurde von luca angestellt einfach nur die background musik von star wars hier ein bisschen nachzumachen wow klatsch klatsch ich habe hier noch was für dich Pfeiler und das oh Knochen Knochen wei halalalalalalalala schluck mal schluck mal oh vielleicht ist es an der Höhe ok das geht das geht ein bisschen zu weit hier ne ja wow wow es geht ja wieder ein fight ab oder was ne fight ist das nicht guck einfach oh einfach nur eine Spalte ja vielleicht sind die da unten in der Spalte weiß ich nicht schau dass ich mich schlagen kann komm die springt auf drei ok 3 2 1 go du springst sowieso nicht und so sack boah ist ein Lava sack ok wuuu ja ich traus mich ja aber springst du auch mal hier ja was bist du denn für nen Lappen ich hab ich hab nen Luxus ne von wegen brutal das such mich hund das was du machst ist nicht brutal sondern einfach nur dumm ne ich hab's voll überlegt findest du mich? such mich hund such bam 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 bada 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 sherry 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 lady ähm was machen wir jetzt? wieder Haargecken soll dass ich nicht so nen super machtslust hab mit dem ich dich runter holen kann das finde ich auch schade ne? du mit deinen hässlichen lila len laser schwarz hier und ne? ich hab kein lila les ich hab nen Steak Steak du wurdest Steak kommt mir irgendwie bekannt vor nein 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 ja das ist von ähm apple apple wagen apple war apple war piktures 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 hoh kohle videos ja aber machen nicht mehr so viel früher hab ich mal geguckt hm und dann sind sie schwul geworden und dann guckst du nimmer ja das ist die geschichte von Luca wie er guckte und nicht guckte ahhhh wie er guckte und einfach nur schluckte ja er schluckte so viel mami der ist voll perverm wo bist du denn noch gekommen? ja aber ich komm da vorne hoch eigentlich wären wir hier irgendwie gar nicht mehr hoch raus gekommen ohne quacken kraken ohne den kraken lass den kraken frei hau mal drauf ey geh nicht mehr ins bild sonst muss ich wieder neu anfangen sorry komm kommt noch einmal oh jetzt hau doch wieder ab jetzt muss ich wieder neu anfangen ich geh doch raus ich helfe dir einfach mal so aus Prinzip Alter wie fehle wie er fehlt wie er lacht wie er weint da 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 warte mal ey geh nochmal da hin geh nochmal da hin nan nein geh zurück du wirst mich nur verarschen ich habe nur den kraken befreit wie du es mir befohlen hast warum kannst du dich hochbauen durch die explosion komm ich helfe dir von oben irgendwie survival games ist lustig ich muss irgendwie kacken mach den scheiß da mal weg kannst du das gleich ertrinkst alter aber echt warum gehe ich immer noch drauf ich bin eigentlich schon raus 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 das ist manchmal so ein pack ich hatte einfach nur so wenig herzen ich wäre fast drauf gegangen wer hast du noch zwei das hört mich an das denke ich mir du labersack was machen wir jetzt suchen da wir nicht wissen wo es lang geht würde ich sagen da wir zu zweit sind und allein was wolltest du machen